Im Apophage als Erstaubung und jetzt los geht's. Und ich sehe... Ganz locker, ganz leicht, okay. Herzlich willkommen an Bord. Und der Geist Gottes schlägte auf dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es war Licht und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schien Gott das Licht von der Finsternis und machte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. So, ready, okay, Stufe 1, springende Achtung. So, macht euch bereit, dann wollen wir mal. Boah, ich sag mal. Okay, this will be Netflix. So, how you play for, boom. So, fighting. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020